Cassius Dio, Römische Geschichte Epitome des Buches 73, Commodus Dieser Mann war von Natur aus kein Schurke, harmlos vielmehr wie irgend sonst ein Mensch. Bei seiner großen Einfalt und dazu noch Feigheit aber, wurde er zum Sklaven seiner Umgebung und ließ sich durch sie zunächst, aus Torheit, vom besseren Wege abbringen und dann zu lüsternen und grausamen Gewohnheiten verleiten, die bald seine Natur wurden. Und auch dies scheint mir Markus deutlich vorausgesehen zu haben. Da Commodus beim Tode seines Vaters erst 19 Jahre zählte, hinterließ er ihm viele Betreuer, darunter die tüchtigsten Senatoren. Der junge Mann setzte sich jedoch über ihre Mahnungen und Ratschläge hinweg, schloss mit den Barbaren einen Vertrag und begab sich eilends nach Rom, wollte er doch von Anstrengungen nichts wissen und verlangte nur nach dem bequemen Stadtleben. Infolge der vielen Verluste und der dauernden Verwüstung in ihre Gebiete verwügten die Markomannen nicht mehr über genügend Lebensmittel oder zahlreiche Mannschaften. Jedenfalls schickten sie an Commodus nur zwei ihrer Fürsten und zwei weitere Männer minderen Ranges als Gesandte, um Frieden zu schließen. Er hätte ihnen mit geringer Mühe den Garaus machen können, doch da er von Anstrengungen nichts wissen wollte und nach dem bequemen Stadtleben verlangte, traf er mit ihnen ein Abkommen. Außer den Verpflichtungen, die ihnen schon sein Vater auferlegt hatte, forderte er noch, dass sie ihm die Überläufer sowie die inzwischen von ihnen erbeuteten Gefangenen zurückgeben und alljährlich eine bestimmte Getreidemenge liefern sollten, eine Bedingung, auf die er später hin verzichtete. Ferner erhielt er von ihnen einige Waffen, dazu Soldaten, und zwar 13.000 Mann Quaden und eine geringe Zahl Markomannen. Für diese Leistung erließ er ihnen die jährliche Stellung von Truppen. Commodus erlaubte seinem Partnern auch nicht, sich häufig oder an vielen Orten ihres Landes zu versammeln. Nur einmal im Monat und an einem einzigen Platz sollte ihnen das gestattet sein, und auch dann lediglich in Anwesenheit eines römischen Centurio. Sie durften schließlich weder mit den Jazügen noch den Buren oder Vandalen Krieg führen. Unter den genannten Bedingungen schloss Commodus Frieden mit den Barbaren und zog dann sämtliche Besatzungen in ihrem Lande, die jenseits der abgetrennten Grenzzone lagen, zurück. Als die Buren Gesandte schickten, gewährte ihnen Commodus Frieden. Zuvor hatte er sich trotz ihres wiederholten Ersuchens geweigert, dies zu tun. Denn sie fühlten sich stark und wünschten keinen Frieden, sondern nur einen Waffenstillstand, um sich weiterhin zu rüsten. Doch nun waren sie erschöpft. Und so konnte der Kaiser mit ihnen zu einem Friedensschluss kommen. Man stellte ihm Geiseln, außerdem erhielt er viele Gefangene von den Buren selbst und deren 15.000 von den anderen zurück. Schließlich konnte er auch noch die anderen zu der eidlichen Zusage zwingen, eine Fünf-Meilen-Zone ihres Landes an der Grenze von Dakien weder zu bewohnen noch als Viehweide zu nutzen. Als 12.000 Mann der benachbarten Daka aus ihrem eigenen Lande verdrängt schon dabei waren, den anderen Barbaren zu helfen, brachte der nämliche Sabinianus auch sie von diesem Unternehmen ab, indem er ihnen versprach, sie würden in unserem Dakien einiges Land zugewiesen bekommen. Commodus ließ sich eine Menge unwürdiger Taten zu Schulden kommen und beging zahllose Morde. Viele Anschläge wurden von verschiedenen Seiten auf ihn unternommen und so tötete er unzählige Menschen, Männer wie Frauen, teils in aller Öffentlichkeit, teils heimlich durch Gift, sozusagen all jene, die sich im Laufe der Regierung seines Vaters unter ihm selbst hervorgetan hatten. Eine Ausnahme machte er nur mit Pompejanus, Pertinax und Victorinus, welche er aus einem mir unbekannten Grund am Leben lief. Diese und die folgenden Tatsachen berichte ich aber nicht mehr gestützt auf fremde Überlieferung, vielmehr aufgrund eigener Beobachtung. Nach seiner Ankunft in Rom hielt er eine Ansprache an den Senat und schwatzte dabei viel plattes Zeug. Er erzählte unter anderem, was seinem Lobe diente, auch folgende Geschichte, dass er einmal bei einem Ausritt seinem Vater, der in einem tiefen Sumpf gefallen war, das Leben gerettet habe. Das waren so seine ruhmreichen Histörchen. Als er aber einmal das Jagdtheater betrat, unternahm Claudius Pompejanus einen Anschlag gegen ihn. Am schmalen Eingang erhob er sein Schwert und sprach, Sie, dieses Schwert da hat dir der Senat geschickt. Der Mann war mit der Tochter Lucillas verlobt, hatte aber enge Beziehungen mit dem Mädchen selbst. wie auch mit seiner Mutter und war deshalb mit Commodus befreundet, so dass er bei Banketten wie jugendlichen Exzessen seinen Begleiter machte. Lucilla, ebenso wenig einwandfrei und sittlich gefestigt wie ihr Bruder Commodus, hasste ihren Gemahl Pompejanus und überredete ihn daher zu dem Anschlag auf Commodus. So veranlasste sie seinen Untergang und musste, selbst entdeckt, ebenfalls in den Tod gehen. Commodus ließ auch Crispina hinrichten, da er ihr wegen eines Falles von Ehebuch zürnte. Vor dem Strafvollzug aber wurden beide Frauen auf die Insel Capri verbannt. Nun lebte eine gewisse Marzia, neben Frau des Quadratus, eines der damaligen Opfer, und dessen Kammerherr, Eklektus. Der Letztere wurde Kammerherr auch bei Commodus, sie dessen Nebenfrau und späterhin Gattin des Eklektus. Dabei erlebte sie, wie jene beiden, ebenfalls ein gewaltsames Ende. Die Überlieferung berichtet, sie habe die Christen sehr begünstigt und ihnen viele Wohltaten erwiesen, da sie bei Commodus alles durchsetzte. Commodus mordete auch den Salvius Julianus, sowie den Tarotenius Paternus, der zu den gewesenen Konsulen zählte. Außer ihnen noch andere, darunter sogar eine Frau aus vornehmem Geschlecht. Und dabei hätte Julianus nach dem Tod des Markus zugleich alles, was er nur wollte, gegen Commodus unternehmen können, da er ein hochangesehener Mann war, eine bedeutende Streitmacht befehligte und die Gunst der Soldaten genoss. Indessen wies er aus seiner eigenen anständigen Gesinnung und der Verehrung heraus, die er gegenüber Markus selbst nach seinem Tod empfand, jeden Gedanken an eine Empörung von sich. Auch Paternus wäre, wenn er tatsächlich, wie die Anklage lautete, gegen Commodus schlimme Absichten gehegt hätte, mühelos imstande gewesen, den Kaiser zu beseitigen, während er noch die Praetorianer befehligte. Doch das hatte ihm ferngelegen. Commodus ließ Ferner beide Quintilia töten, den Kondianus und Maximus. Sie genossen nämlich großes Ansehen, ob ihrer Bildung, Feldherrnkunst, brüderlichen Verbundenheit und reichen Besitztümern. Bei so glänzenden Voraussetzungen mussten sie, selbst wenn sie an keinerlei Umsturz dachten, den Verdacht erwecken, mit den bestehenden Verhältnissen unzufrieden zu sein. Und so gingen sie beide, gemeinsam wie sie gelebt hatten, auch gemeinsam in den Tod, zusammen mit einem Sohn. Sie hatten ein Beispiel gegenseitiger Zuneigung vorgelebt, wie man es sonst nie gesehen und sich zu keiner Zeit selbst als Inhaber von Ämtern trennen lassen. Viel begütert und ungemein reich waren sie geworden und pflegten ihre Ämter, zusammen wahrzunehmen und sich dabei gegenseitig auszuhelfen. Sextus Kondianus, der Sohn des Maximus, überragte alle anderen durch angeborene Fähigkeiten sowie durch Bildung. Als er während eines Aufenthalts in Syrien von dem auch gegen ihn ergangenen Todesurteil vernahm, trank er Hasenblut, bestieg dann ein Pferd und ließ sich absichtlich herunterfallen. Dabei erbrach er das Hasenblut, als wäre es das Seine. Man hob ihn auf und brachte ihn wie einen angeblich Sterbenden in sein Zimmer und brachte ihn wie einen augenblicklich Sterbenden in sein Zimmer. Dann verschwand er, während ein toter Widder in den Sarg gelegt und verbrannt wurde. Er selbst zog in der Folgezeit, indem er seine Erscheinung und Kleidung dauernd wechselte, von einem Ort zum anderen. Als nun diese Sache ruchbar wurde, denn derartige Dinge können unmöglich lange Zeit verborgen bleiben, fand allen Teilen gleichermaßen eine eifrige Suche nach ihm statt. Dabei wurden an seiner Stelle viele Personen wegen Ähnlichkeit mit ihm hingerichtet, viele auch wegen angeblicher Mitwisserschaft oder weil sie ihm irgendwie Unterschlupf gewährt haben sollten. Und noch mehr Leute, die ihn vielleicht nicht einmal je gesehen hatten, verloren ihren Besitz. Ob nun Sextus wirklich getötet wurde, denn zahllose Köpfe, die ihm angeblich zugehörten, brachte man nach Rom, oder ob er entkam, weiß kein Mensch. Irgendein anderer Mann aber stellte nach dem Tod des Kommodus frech die Behauptung auf, Sextus zu sein und versuchte, seinen reichen Besitz sowie seine Würde zurückzuerlangen. Und ob Schoner von vielen Personen ausgiebig ausgefragt wurde, spielte er seine Rolle mit Geschick. Doch als ihm Pertinax etwas über Vorgänge in Griechenland ausforschte, mit denen der wirkliche Sextus wohl vertraut war, geriet er in größte Verlegenheit und konnte nicht einmal die Frage recht verstehen. So glich er wohl von Natur aus in seiner äußeren Erscheinung sowie durch Übungen in anderen Beziehungen seinem Vorbild Kondianus, hatte aber nicht an seiner Bildung Anteil. Bei der eben berichteten Geschichte war ich selbst anwesend und hörte mit eigenen Ohren zu. Ich will aber im Folgenden noch etwas anderes erzählen, dessen Augenzeuge ich war. In der kilikischen Stadt Mallos gibt es ein Orakel des Amphilochos, das in Form von Träumen Antworten erteilt. Nun hatte auch Sextus dort einen Spruch erhalten, den er durch eine Zeichnung verdeutlichte. Die von ihm auf einer Tafel wiedergegebene Darstellung ließ einen Knaben erkennen, der zwei Schlangen erwirkt, ferner einen Löwen, der ein Hirschkalb verfolgt. Ich befand mich mit meinem Vater, dem damaligen Stadthalter von Kilikian und konnte mir die Gestalten nicht deuten, bis ich davon hörte, dass die beiden Brüder von Commodus, der später den Herkules nachahmte, sozusagen erwürgt worden seien. Genau wie Herkules der Sage nach noch als Kind, die von Juno gegen ihn ausgesandten Schlangen erwürgte. Waren doch auch die Quintilia erdrosselt worden. Außerdem musste ich erst erfahren, dass Sextus ein Flüchtling war und ihn ein mächtiger Gegner verfolgte. Ich würde mit meinem Geschichtswerk sehr lästig fallen, wenn ich in Einzelheiten von all den Personen schreiben wollte, die Commodus aufgrund falscher Anzeigen oder unbegründeter Verdächtigungen oder wegen ihres auffallenden Reichtums, ihrer vornehmen Abstammung, ihrer ungewöhnlichen Bildung oder sonst eines Vorzuges aus dem Weg räumte. Commodus lieferte in Rom selbst viele Beweise seines Reichtums, vielmehr aber noch solche seiner Prunkliebe. Tatsächlich vollbrachte er auch einmal eine Leistung, welche dem Wohl des Volkes diente. Manilius, eng mit Cassius verbunden, hatte dessen lateinische Korrespondenz verstehen und größten Einfluss auf ihn ausgeübt. Als man diesen Mann nach einem Fluchtversuch entdeckte, da wollte der Kaiser kein Wort von ihm hören, obwohl er ihm eine Fülle von Angaben zu machen versprach, sondern ließ sämtliche Papiere des Verschwörers ungelesen verbrennen. Er musste auch einige Kriege mit dem Barbaren jenseits von Dachien führen, wobei Albinus und Niger, die späteren Gegner des Kaisers Severus, Ruhm erwarben. Größte Bedeutung aber hatte der Krieg in Britannien. Die Stämme auf der Insel überschritten nämlich die Grenzwehr, welche sie von den römischen Legionen trennte, vollführten zahlreiche Gewalttaten und machten einen General samt seinen Leuten nieder. Darüber geriet Kommodus in Angst und entsandte gegen sie den Ulpius Marcellus. Dieser Mann, mäßig und genügsam, lebte, wenn er im Felde war, was Verpflegung und all das andere angelangte, stets wie ein gewöhnlicher Soldat, zeigte sich aber hoch erfahren und anmaßend und, ob schon eindeutig unbestechlich, als keine angenehme und liebenswürdige Natur. Mehr als die übrigen Generäle entzog er sich dem Schlaf und da er wünschte, dass auch sein Gefolge wach blieb, schrieb er sozusagen jeden Abend Anweisungen auf zwölf Lindenholztäfelchen und befahl diese zu verschiedenen Zeiten, dem einen oder anderen Offizier einzuhändigen, damit sie ihm glauben, der Feldherr sei jederzeit wach, sich auch selbst nicht genügend Schlaf gönnten. Schon von Natur aus konnte er nämlich dem Schlaf widerstehen und diese Fähigkeit hatte er noch durch Fastenübungen gesteigert. Im Allgemeinen pflegte er sich ja niemals satt zu essen und damit er sich auch an Brot nicht gütlich tun konnte, ließ er es sich aus Rom bringen. Nicht als ob er das einheimische Brot nicht vertrug, sondern damit ihn die Härte des altbackenen Brotes hindere, auch nur ein bisschen über das unbedingt nötigte Maß hinaus davon zu verzehren. Sein Zahnfleisch befand sich nämlich in einem schlechten Zustand und begann bei dem trockenen Brot rasch zu bluten. Diese angeborene Neigung bemühte er sich noch künstlich zu steigern, damit er einen möglichst hohen Ruhm als Nichtschläfer erlangte. Solch ein Mann war Marcellus und unbarmherzig warf er die Barbaren in Britannien nieder und wäre wegen seiner besonderen Tüchtigkeit von Commodus späterhin beinahe hingerichtet worden, fand aber dann doch noch Gnade. Perennis, der nach Paternus die Praetorianer befehligte, fand durch meuternde Soldaten den Tod. Denn da Commodus nur Wagenrennen und Ausschweifungen kannte und fast keine einzige mit seinem Amt in Verbindung stehende Pflicht erfüllte, war Perennis genötigt, sich nicht nur mit den militärischen Angelegenheiten, sondern auch mit den sonstigen Dingen zu befassen und die Staatsleitung zu übernehmen. Wenn also etwas nicht im Sinne der Soldaten erledigt wurde, maßen sie Perennis die Schuld bei und zürnten ihm. Die Soldaten in Britannien wählten Priskus, einen Unterfeldherrn zum Kaiser, doch dieser lehnte das Ansinnen mit der Erklärung ab, ich bin ebenso wenig ein Kaiser, wie ihr Soldaten seid. Die Unterfeldherren in Britannien waren denn wegen ihres aufrührerischen Verhaltens getadelt worden. Sie gaben nicht eher Ruhe, als bis Pertinax sie bändigte. Nun wählten sie aus ihrem Kreis 1500 Speerschützen aus und schickten sie nach Italien. Ohne auf Widerstand zu treffen, waren sie bereits bis in die Nähe von Rom gelangt, als Kommodus ihnen entgegentrat und fragte, Was soll das bedeuten, Kameraden? In welche Absicht seid ihr gekommen? Wir sind zur Stelle, lautete die Antwort, Da schenkte ihnen Kommodus Glauben, zumal ihn auch Kleander drängte. Dieser Mann nämlich hasste bitterlich Perennis, der ihn oftmals nicht nach seinem Willen verfahren ließ. Und so lieferte der Kaiser dem Präfekten gerade den Soldaten aus, die er befehligte und brachte nicht den Mut auf, 1500 Mann wie kalte Schulter zu zeigen, wo er doch eine vielfach größere Zahl von Praetorianern zu seiner Verfügung hatte. Jene Schurken misshandelten nun Perennis und machten ihn nieder. Außerdem fanden noch seine Gemahlin, seine Schwester und zwei Söhne den Tod. So wurde Perennis erschlagen und er hätte doch ein solches Schicksal ganz und gar nicht verdient, sowohl was seine eigene Person als auch das Wohl des Römischen Reiches anlangte. Außer dass er durch seine Ämtersucht die Hauptschuld am Privatleben ging er niemals irgendwie auf Ruhm oder Reichtum aus, sondern verbrachte seine Zeit völlig unbestechlich und maßvoll. Für Commodus und sein Kaisertum aber schuf er vollkommene Sicherheit. Commodus gab sich ganz den Vergnügungen hin und huldigte den Pferderennen, wobei er nicht das mindeste Interesse für derlei Pflichten zeigte. Und selbst wenn er sich ernstlich darum gekümmert hätte, so wäre gewesen, die Aufgaben zu erledigen. Die kaiserlichen Freigelassenen mit Kleander an der Spitze aber scheuten, nachdem dieser Mann Perennis aus dem Weg geräumt war, vor keinerlei Verbrechen mehr zurück, boten alles feil und ließen ihrem Übermut und ihrer Zuchtlosigkeit die Zügel schießen. Commodus widmete den größten Teil seines Lebens Vergnügungen, Pferden sowie Kämpfen wilder Tiere und Menschen. Denn abgesehen von dem, was er zu Hause trieb, tötete er in aller Öffentlichkeit mehrfach große Mengen von Menschen und ebenso von Tieren. So zum Beispiel erlegte er ganz allein mit eigener Hand an zwei aufeinander folgenden Tagen fünf Flusspferde zusammen mit zwei Elefanten und außerdem ein Rhinozerus und einen Kameloparden. Das ist meine Darstellung, die ich wurde ein Standbild errichtet. Er war aber keinem Anschlag zum Opfer gefallen. Nun gingen freilich einmal hartnäckige Gerüchte, ja, man könnte vielleicht sagen, viele Berichte über seinen Tod um, worauf er sich kühn an Perennis wandte und ihm erklärte »Ich höre, dass ihr mich töten wollt. Was zögert ihr noch? Was schiebt ihr die Sache auf? Ihr könnt doch die Sache noch gleich heute ausführen? Indessen nicht einmal daraufhin wiederfuhr ihm von jemand anderem etwas Schlimmes. Vielmehr beging er Selbstmord. Dabei hatte er doch unter Markus als einer der ersten Männer in Ehren gestanden und kein Zeitgenosse ihn an Integrität und öffentlicher Beretsamkeit übertroffen. Zwei Tatsachen, die ich jetzt anführen will, können wirklich sein ganzes Wesen deutlich machen. Als er einmal Stadthalter von Germania war, versuchte er zunächst, bei sich daheim unter vier Augen seinen Unterfeldherrn dahin zu bringen, dass er sich nicht mehr bestechen ließ. Der aber wollte nicht auf ihn hören und so bestieg er das Tribunal, veranlasste den Herold schweigen zu gebieten und versicherte dann eidlich, dass er niemals Geschenke angenommen habe und dies auch niemals tun werde. Anschließend forderte er seinen Unterfeldherrn auf, auch seinerseits den nämlichen wollte, befahl ihm Victorinus sein Amt niederzulegen und als er später einmal Stadthalter von Afrika einen Mitarbeiter ähnlicher Art wie den erwähnten Unterfeldherrn hatte, vermied er zwar das gleiche Verfahren, setzte ihn aber auf ein Schiff und schickte ihn nach Rom zurück. Solch eine Persönlichkeit war Victorinus. Kleander hingegen, der nach Perennis die größte Macht ausübte, war mit anderen Sklaven zusammen einmal verkauft Lastträger zu dienen. Im Laufe seiner Zeit erlebte er aber einen derartigen Aufstieg, dass er sogar Kammerherr des Kommodus wurde und seine Nebenfrau Damostratia heiratete. Den Sorterus aus Nicomedia aber, der seine Stelle inne gehabt hatte, ließ er neben vielen anderen töten. Doch auch Sorterus hatte sehr großen Einfluss besessen und dem war es zu verdanken, dass die Nicomedia durch Senatsbeschluss das Recht erhielten, einen Wettkampf abzuhalten und dem Kommodus zu ehren, einen Tempel zu errichten. Schicksalsgunst verhalf dann Kleander zu hoher Stellung und so verschenkte und verkaufte er Senatorenwürden, Militärkommandos, Prokuraturen und Stadthalterschaften, kurz gesagt alles und jedes. Einige wurden tatsächlich erst Senatoren, nachdem sie ihr ganzes Vermögen aufgewendet hatten. Man sagte jedenfalls von Julius Solon, einem Mann dunkelster Herkunft, er sei erst seines Besitzes beraubt und dann in den Senat verbannt worden. Das waren so Kleanders Taten und er ernannte auch für ein einziges Jahr 25 Konsulen, was es weder jemals zuvor noch danach gegeben hat. Einer dieser Konsulen war auch Severus, der spätere Kaiser. Dementsprechend trieb Kleander von allen Seiten Geld bei und erwarb sich den größten Besitz von all jenen, die jemals den Titel Kubikulari trugen. Einen erheblichen Teil davon gab er Kommodus und seinen Konkubinen. Viel verwendete er aber auch auf Häuser, Bäder und andere für Privatleute und Städte nützliche Einrichtungen. Auch dieser Kleander nun, der zu so gewaltiger Höhe emporgestiegen war, erfuhr selbst einen plötzlichen Sturz und endete in Schande. Es waren indessen nicht die Soldaten, die ihn, wie im Falle des Perennis niedermachten, sondern das Volk tat es. Es trat nämlich eine an sich schon arge Hungersnot ein, zu deren Verschlimmerung aber der mit der Getreideversorgung beauftragte Papirius Dionysius noch wesentlich beitrug. Dabei leitete ihn die Absicht, den Hass der Römer, die in Kleander infolge seiner Diebereien den Hauptschuldigen an der Hungersnot sahen, auf diesen Mann zu lenken und so seinen Untergang herbeizuführen. Und die Dinge nahmen auch diesen Verlauf. Es fand ein Pferderennen statt, und die Tiere sollten eben zum siebten Mal antreten, da stürmte eine Masse Kinder in den Zirkus. Angeführt waren sie von einem hochgewachsenen Mädchen mit wildem Blick, einen Dämon, wie man angesichts der weiteren Geschehnisse glaubte. Die Kinder brachen nämlich gemeinsam in viele Schmähungen aus, und die Masse nahm sie auf, um nun ihrerseits alle nur erdenklichen Schimpfwörter hinauszuschreien. Schließlich sprang die Menge von den Rängen herunter, stürmte zu Commodus, der sich gerade in der Vorstadt Quintilia aufhielt, und richtete unter vielen Segenswünschen für den Kaiser ebenso viele Flüche gegen Kleander. Der nun schickte eine Anzahl Soldaten gegen die Schreier, welche einige verwundeten und töteten. Indessen ließ sich das Volk dadurch nicht einschüchtern, im Gegenteil. Ermutigt durch die eigene Masse und gereizt durch das harte Einschreiten der Praetorianer, drängte es mit noch größerer Entschlossenheit vor. Und schon gelangten die Leute bis in die Nähe des Commodus, dem niemand von den Vorfällen berichtet hatte, als Marzia, die bekannte Gemahlin des Quadratus, ihn über das Geschehen in Kenntnis setzte. Commodus, an sich schon ein Erzfeigling, geriet dadurch in solche Angst, dass er sofort den Kleander und dessen kleinen Sohn, der doch unter des Kaisers Obhut erzogen wurde, zu töten befahl. Das Kind wurde am Boden zerschmettert und fand so den Tod. Die Leiche des Kleander aber packten die Römer, schleiften sie weg, schändeten sie und trugen das Haupt auf einer Stange durch die ganze Stadt umher. Auch einige andere Männer, die unter Kleander große Macht besessen hatten, fielen unter ihren Händen. Indem sich Commodus von seinen Vergnügungen und Spielen erholte, mordete er weiter und tötete die angesehenen Männer. Zu diesen gehörte auch der Präfekt Julianus, den er selbst in der Öffentlichkeit zu umarmen, zu küssen und mit Vater anzusprechen pflegte. Sein weiteres Opfer war Julius Alexander. Ihn traf der Vorwurf, einen Löwen vom Pferd aus mit einer Lanze niedergestreckt zu haben. Als dieser Alexander von der Ankunft seiner Mörder hörte, brachte er sie bei Nacht um und beseitigte auch seine sämtlichen Feinde in Emesa, woher er stammte. Nach dieser Tat bestieg er sein Pferd und machte sich eilends auf den Weg zu den Barbaren. Und er wäre als glänzender Reiter entkommen, wenn er nicht seinen Lieblingsknaben mitgenommen hätte. Er konnte es nämlich nicht über sich bringen, den erkrankten Jungen zurückzulassen, und so nahm er seinen Begleiter und sich das Leben, als auf Befehl des Kommodus beseitigt. Auch eine Seuche brach aus, die größte unter denen, die ich kenne. Jedenfalls starben wiederholt an einem einzigen Tag mehr als 2000 Einwohner in Rom. Viele Menschen fanden außerdem nicht nur in der Stadt, sondern beinahe über das ganze Reich hin durch Verbrechen den Tod. Diese bestrichen nämlich dünne Nadeln mit tödlichen Giftstoffen und infizierten damit um Geld andere Leute. Dergleichen hat es freilich auch schon zuvor unter Domitian gegeben. Diese Opfer nun fielen, ohne dass man ihnen besondere Beachtung schenkte. Denn ein ärgerer Fluch als sämtliche Krankheiten und sämtliche Übeltaten war für die Römer Kommodus unter anderem auch deshalb, weil man alle Ehren, die seinem Vater gewöhnlich aus herzlicher Zugeneigung gewährt worden waren, nunmehr aus Angst und auf unmittelbaren Befehl dem Sohn zuerkennen musste. Jedenfalls ordnete er an, dass Rom selbst Komodiana, die Legionen, die Komodianischen und der Tag, an dem diese Beschlüsse getroffen wurden, der Komodianische heißen sollten. Sich selber aber legte er neben zahllosen anderen Bezeichnungen den Namen Herkules bei. Rom aber betitelte er als die unsterbliche, glückliche Kolonie des ganzen Erdkreises. War das man sie als seine eigene Gründung betrachtete. Komodus zu Ehren wurden ferner ein goldenes Standbild tausend Pfund schwer errichtet, das ihn mit einem Stier und einer Kuh zusammen darstellte und schließlich empfingen sämtliche Monate neue Namen nach ihm. Man zählte sie nun folgendermaßen auf Amazonius, Invictus, Felix, Pius, Lucius, Elius, Aurelius, Komodus, Augustus, Herkuleus, Romanus und Ex Superatorius. Der Kaiser selbst nahm diese einzelnen Bezeichnungen nämlich zu verschiedenen Gelegenheiten an. Amazonius und Ex Superatorius indes benützte er immer für sich, um dadurch auszudrücken, dass er einfach in allen Beziehungen sämtlicher Menschen weit übertreffe. So weit in seiner Verrücktheit hat er sich der Elende verstiegen. Auch seine Botschaften an den Senat pflegte er folgendermaßen einzuleiten. Der Imperator Cäsar, Lucius, Elius, Aurelius, Commodus, Augustus, Pius, Felix, Sarmaticus, Germanicus, Maximus, Britannicus, der Befrieder des Erdkreises, der Unbesiegliche, der römische Herkules, Pontifex Maximus, der Inhaber der tribunizischen Gewalt zum 18. Mal, Imperator zum 8. Mal, Konsul zum 7. Mal, Vater des Vaterlandes, entbietet den Konsulen, Praetoren, Tribunen und dem glückhaften komodianischen Senat seine Grüße. Unzählige Statuen, welche ihn in der Tracht des Herkules darstellten, wurden ihm errichtet. Und laut Beschluss? Sollte sein Zeitalter das Goldene heißen und diese Bezeichnung in allen Schriftsätzen angewendet werden. Dieser Goldene, dieser Herkules, dieser Gott, wurde ihm doch auch dieser Name zuteil, zog nun eines Nachmittags überraschend von seiner Vorstadt aus in Rom ein und veranstaltete binnen zweier Stunden 30 Pferderennen. Nicht zuletzt dadurch geriet er in finanzielle Schwierigkeiten. Er war wohl freigebig und ließ mehrfach an das Volk je Kopf 140 Denare verteilen, doch machten die erwähnten Liebhabereien den Hauptteil seiner Ausgaben aus. Die Folge war, dass er gegen Männer wie Frauen Anklagen erhob und einige sogar töten ließ, während er anderen das Leben für Hingabe ihres Vermögens verkaufte. Kommodus leistete sich eine Menge unvernünftiger Ausgaben und darum reichten auch weder seine sonstigen Einnahmen noch die von Clairen dabei geschafften Gelder trotz ihrer riesigen Höhe aus. Er sah sich vielmehr gezwungen, sogar gegen Frauen Beschuldigungen vorzubringen, die zwar keine Todesstrafen nach sich zogen, doch genug an Schrecken und Drohungen irgendwelcher Art enthielten. Und so verkaufte er ihnen ihr Leben um hohen Preis und konnte unter dem Schein eines freiwilligen Angebots mancherlei von ihnen erpressen. Und schließlich befahl er uns, unseren Frauen und Kindern, alljährlich an seinem Geburtstag je zwei Goldstücke wie eine Art Erstlingsgabe zu entrichten. Die Senatoren in allen anderen Ständen hatten pro Kopf fünf Denare zu bezahlen. Auch von diesen Beträgen sparte er nichts, sondern verwendete sie samt und sonders schmachvoll für seine Bestien und Gladiatoren. In der Öffentlichkeit fuhr er nirgendwo auf Pferdewagen außer zu weilen in einer mondlosen Nacht. Und doch wollte er nur zu gern als Wagenlenker auch vor dem Volk auftreten, schämte sich indessen in solch einer Rolle gesehen zu werden. Privat hingegen beschäftigte er sich unablässig mit diesem Sport und trug dabei die Ausrüstung der Grünen. Was wilde Tiere betraf, so erlegte er eine Menge in seinem Privatbereich, was wilde Tiere betraf, so erlegte er eine Menge in seinem Privatbereich, viele aber auch öffentlich. Und gerne kämpfte er über dies als Gladiator und zwar zu Hause bei sich in einer Art und Weise, dass er dann und wann einen Gegner tötete oder im Nahkampf mit anderen gleichsam beim Versuch eine Haarlocke abzuschneiden, dies in die Nase, jen in das Ohr und wieder sonst einen Körperteil abschlug. In der Öffentlichkeit hingegen verzichtete Kommodos auf Eisen und Menschen Blut. Bevor er das Theater betrat, pflegte der Kaiser eine langärmlige, weiße, golddurchwirkte Seidentunika anzulegen und in solcher Aufmachung unsere Grüße entgegen zu nehmen. Wenn er dann sich anschickte hineinzugehen, nahm er eine rein purpurne, goldbestickte Robe und eine gleichfarbige Klamis nach griechischem Schnitt und setzte sich Gold gefertigt war. Außerdem hielt er einen Heroldstab wie den des Merkur in den Händen. Die Löwenhaut und die Keule ließ er auf den Straßen vor sich her tragen, in den Theatern ruhte sie auf einem vergoldeten Stuhl, mochte der Kaiser zugegen sein oder nicht. Er selbst betrat in der Tracht eines Merkur die Arena, dann legte er alle sonstigen Kleidungsstücke ab und begann in bloßer Tunika und unbeschwut seine Vorstellung. Am ersten Tag streckte er ganz allein hundert Bären nieder, wobei er vom Geländer der Balustrade herunterschoss. Das ganze Theater war nämlich durch zwei feste Quermauern unterteilt, die eine ringsumlaufende Galerie trugen und sich gegenseitig in zwei Abschnitte schieden. Dies hatte den Zweck, dass die Tiere in vier Gruppen gegliedert von allen Seiten her aus geringem Abstand leichter getroffen werden konnten. Wurde Kommodus mitten in seinem Kampf müde, so ließ er sich von einer Frau etwas gekühlten Süßwein in einem keulenförmigen Becher reichen und trank ihn auf einen Zug leer. Das Volk und auch wir Senatoren alle brachen daraufhin sogleich in den bei Trinkgelagen üblichen Spruch aus »Mögest du lange leben« Und keiner möge glauben, dass ich die Würde der Geschichtsschreibung durch die Erwähnung solcher Dinger in den Schmutz trete. Ich hätte sie ja gewiss überhaupt nicht berichtet, doch da der Kaiser es war, der diese Vorstellung gab, und ich selbst persönlich zugegen an jeder Einzelheit sehend, hörend und sprechenden Anteil nahm, hielt ich es für angezeigt, nichts davon zu unterdrücken, vielmehr die Vorgänge wie sonst ein Ereignis von höchster Wichtigkeit und Bedeutung dem Gedächtnis der späteren Geschlechter zu überliefern. Und ich will in der Tat auch die anderen Geschehnisse alle, die zu meinen Lebzeiten spielten, eingehender und detaillierter schildern als frühere Ereignisse, weil ich ja selbst dabei anwesend war und im Kreise jener, die eine angemessene Beschreibung der Begebenheiten liefern können, sonst niemanden kenne, der über solch genaues Einzelwissen wie ich verfügt. Am ersten Tag nun geschah das eben Berichtete. Doch an den folgenden Tagen stieg Commodus bisweilen von seinem hohen Platz auf dem Boden der Arena hinunter und tötete sämtliche Haustiere, welche ihm nahe kamen, außerdem einige, die ihm zugeführt oder auch in Netzen herbeigetragen wurden. Er erlegte ferne einen Tiger, ein Flusspferd und einen Elefanten. Nach solchen Taten pflegte er sich zu entfernen, doch später, nach Einnahme eines Frühstücks als Gladiator aufzutreten. Die Kampfesweise, deren er sich bediente und die Rüstung, die er benützte, waren die der sogenannten Sekutores. Dabei hielt er den Schild in der rechten, das hölzerne Schwert aber in der linken und tat Seinen Kontrahenten machte er entweder einen Sportlehrer oder auch einen Gladiator, der als Waffe nur einen Stab trug. Manchmal forderte er den betreffenden Mann selbst heraus, manchmal wählte ihn das Volk. Denn darin und in allem anderen stellte er sich den übrigen Gladiatoren gleich, abgesehen freilich davon, dass jene für eine bescheidene Summe antreten, während Kommodus tagtäglich eine Million Sesterzen aus dem Gladiatorenfront bezog. Zur Seite standen ihm beim Kampf der Präfekt Emilius Laetus und sein Kubikularius Eclectus. Und wenn dann der Kaiser das Schattengefecht beendet und natürlich gesiegt hatte, dann küsste er, so wie er war, die beiden gewöhnlich durch den Helm hindurch. Darauf forchten auch die gewöhnlichen Kämpfer. Er selbst stellte am ersten Tag unten in der Arena sämtliche Paare zusammen. Hierbei erschien er ganz in der Aufmachung des Hermes samt einem vergoldeten Stab und nahm Platz auf einer ebenfalls vergoldeten Tribüne. Wir aber sahen in seinem Tun geradezu ein Vorzeichen. Späterhin pflegte er zu seinem üblichen Platz empor zu gehen und mit uns zusammen von dort aus das restliche Geschehen zu beobachten. Was dann folgte, war kein Kinderspiel mehr, sondern ernst, Als einmal einige Sieger zögerten, den Unterlegenen den Rest zu geben, ließ er tatsächlich die verschiedenen Kämpfer zusammenbinden und befahl, dass alle gleichzeitig fechten sollten. So stritten die aneinander gefesselten Paare Mann gegen Mann und einige töteten sogar solche, die mit ihnen gar nichts zu tun hatten. Denn infolge der Riesenzahl und der räumlichen Enge waren sie aneinander geraten. So in seiner ganzen Art zog Fechtkünste zeigte, dann mussten wir Senatoren uns samt den Rittern jederzeit einfinden. Nur Claudius Pompejanus der Ältere war nie zu sehen, schickte aber seine Söhne. Lieber wollte er dafür den Tod erleiden, als zuschauen, wie der Kaiser, der Sohn des Markus, derartige Dinge trieb. Denn unter anderem, was wir da taten, mussten wir in all die anbefohlenen Rufe ausbrechen und besonders folgende Worte immer wieder holen. Der Herr bist du und der Erste bist du und der Aller Glücklichste. Du siegst und wirst siegen. Von Ewigkeit an Amazonia bist du Sieger. Vom restlichen Volk aber kamen viele überhaupt nicht mehr ins Theater. Andere entfernten sich wieder, nachdem sie bloß hineingeschaut hatten. Teils weil sie sich der dortigen Vorgänge schämten, teils aber auch aus wie es Herkules mit den stymphalischen Vögeln getan hatte. Und dieses Gerede fand Glauben. Kommodus hatte nämlich einmal alle Leute in der Stadt, die durch Krankheit oder sonst wie durch Unfall ihre Füße verloren hatten, zusammenholen, ihnen um die Knie so etwas wie Schlangenkörper binden und statt Steinen Schwämme zum Werfen geben lassen und sie schließlich als angebliche Giganten mit Keulenschlägen erledigt. Diese Angst steckte allen gemeinsam in den Gliedern, uns, den Senatoren, sowohl wie den übrigen Bürgern. Er tat aber uns Senatoren auch noch etwas anderes dieser Art an, das uns ziemlich bestimmt mit unserem Tode rechnen ließ. Er tötete einen Sperling, schnitt ihm den Kopf ab und kam in unseren Sitzungssaal. Und indem er mit der linken den Kopf, mit der rechten das blutige Schwert emporhielt, sprach er kein einziges Wort, bewegte aber grinsend sein Haupt und ließ deutlich erkennen, dass er auch mit uns ebenso verfahren werde. Und viele, die darüber in ein Gelächter ausbrachen, denn lachen, nicht Unwille überkam uns, wären auf der Stelle durch Schwert ums Leben gekommen, wenn ich nicht einige Lorbeerblätter, die ich von meinem Kranz genommen, selbst gekaut und die anderen, die meiner Nähe saßen, Gleiches zu tun veranlasst hätte, damit wir durch die dauernde Bewegung des Mundes die Tatsache, dass wir lachten, verbergen konnten. Nachdem Commodus derlei getan hatte, richtete er unsere Gemüter wieder auf. Er gebot uns nämlich, da er erneut als Gladiator auftreten wollte, als Ritter ausgestattet und in unserem Wollmäntel ins Amphitheater zu kommen, was wir doch letzten Tag aber wurde sein Helm durch das Tor hinausgetragen, durch das auch die Leichen fortgeschafft werden. Infolgedessen teilten alle bis zum Letzten den festen Glauben, dass wir sicher irgendwie sein erledigt würden. In der Tat dauerte es nicht mehr lange, dass er starb, vielmehr ermordet wurde. Denn sein Treiben missfiel dem Laetus und dem Eklektus und da sie außerdem sich noch fürchten mussten, er drohte ihnen nämlich, weil sie ihn von dem erwähnten Tun abhalten wollten, so bereiteten sie einen Anschlag gegen ihn vor. Kommodus beabsichtigte nämlich die beiden Konsulen Erucius Clarus und Sosius Falco zu töten und zugleich als Konsul und Sekutor den Neujahrstag von den Quartieren der Gladiatoren aus anzutreten. Er selbst hatte er dort die erste Zelle wie wenn er einer ihresgleichen wäre. Niemand soll daran zweifeln. Er ließ in der Tat das Haupt des Kolossus abnehmen und darauf ein Abbild des Seinen setzen. Dann gab er ihm eine Keule in die Hand und legte einen Bronzelöwen zu seinen Füßen sodass er einem Herkules glich. Schließlich ließ er neben seinen schon genannten Beinamen noch folgende Worte darauf schreiben Meister der Sekutores nur Linkshänder hat er doch zwölfmal ich betone 1000 Mann besiegt. Dies schrieb Lucius Kommodus Herkules und darüber setzte man der Sohn des Zeus der Sieger Herkules ich bin's nicht Lucius das zwingen alle mir nur auf. Aus den genannten Gründen unternahmen Laetus und Eclectus nachdem sie zuvor noch Marcia ins Vertrauen gezogen hatten einen Anschlag auf Kommodus Am letzten Tag des Jahres jedenfalls und zwar im Laufe der Nacht als das Volk mit dem Feste beschäftigt war ließen sie ihm durch Marcia in einem Rindfleisch Gericht Gift verabreichen Doch infolge des Weines und der Bäder denen er sich stets in unmäßiger Weise hingab konnte er nicht sogleich aus dem Weg geräumt werden Er musste vielmehr etwas erbrechen Arg wöhnte daraufhin den Zusammenhang und erging sich nun in gewissen Drohungen Da schickten die Verschwörer Narzissus einen Athleten gegen ihn vor und ließen ihn während des Bades erwürgen Dies Ende ward Commodus zuteil nachdem er zwölf Jahre neun Monate und 24 Tage regiert hatte Sein Leben wehrte 31 Jahre und vier Monate und mit ihm hörte die Linie der echten Aurelia zu herrschen auf In der Folge kam es zu äußerst heftigen Kriegen und inneren Auseinandersetzungen Zur Darstellung dieser Kämpfe sah ich mich aus folgendem Grund veranlasst Ich hatte eine kleine Schrift über die Träume und Vorzeichen verfasst und herausgegeben die Severus auf die Erlangung der Kaiserwürde hoffen ließen Als er das von mir übersandte Exemplar gelesen hatte antwortete er mir in einem ausführlichen und anerkennenden Schreiben Diesen Brief empfing ich gegen Einbruch der Dunkelheit und bald danach schlief ich ein Im Schlaf nun gebot mir die himmlische Macht an die Abfassung einer Geschichte zu gehen Und so kam ich dazu die Schrift in Angriff zu nehmen mit der ich jetzt beschäftigt bin Und da meine Arbeit den anderen sowohl wie auch Severus ungemein gefiel fasste mich das Verlangen auch von all dem Übrigen was die Römer betraf eine zusammenfassende Darstellung zu geben und daher meinen Entschluss jene erste Abhandlung nicht länger als eine gesonderte Arbeit bestehen zu lassen sondern in die vorliegende Geschichte einzufügen Ich wollte so zusammengefasst in einem einzigen Werk alles von Anfang an bis zu dem Zeitpunkt welcher der Fortuna gefallen mag niederschreiben und der Nachwelt überliefern Und diese Gottheit lieh mir Kraft meine Geschichte fortzusetzen wenn ich mich vor ihr ängstigen und damit zögern wollte wenn ich ihrer überdrüssig wurde und ans Aufhören dachte dann munterte sie mich durch Träume auf und erfüllte mich mit herrlichen Hoffnungen für die Zukunft die meine Geschichte am Leben erhalten und ihren Glanz nimmermehr vergehen lassen werde So hatte ich in ihr anscheinend eine Wächterin über meinen ganzen Lebensgang gefunden und bin darum ihr ganz ergeben Zehn ganze Jahre habe ich darauf verwendet die sämtlichen Römertaten von Anfang an bis zum Tode des Severus zu sammeln und in weiteren zwölf Jahren habe ich sie niedergeschrieben Was die noch folgenden Ereignisse anlangt so sollen auch sie zur Darstellung kommen bis zu einem Zeitpunkt den zu erreichen mir möglich ist Dem Tod des Kommodus gingen folgende Zeichen voraus Viele unheilvolle Adler umschwebten das Kapitol und schrien dazu was nicht auf Frieden hindeutete und eine Eule ließ von dort aus ihre Stimme vernehmen Außerdem brach nächtliches Feuer in einem Wohngebäude aus sprang auf das Heiligtum der Pax über und dehnte sich aus Dann züngelten die Flammen empor erfassten den Palast und legten sehr erhebliche Teile davon in Asche sodass dabei fast alle Staatsakten vernichtet wurden Besonders diese Tatsache ließ klar erkennen dass sich das Übel nicht auf die Stadt beschränken sondern den gesamten von ihr beherrschten Erdkreis einbeziehen werde Die Feuersbrunst war nämlich nicht durch Menschenhand zu löschen wie wohl eine riesige Menge von Bürgern wie von Soldaten Wasser beischleppten und Kommodus selbst aus der Vorstadt herbeikam und die Leute anfeuerte Erst nachdem das Feuer alles was es nur erreichen konnte verzehrt hatte verlor es seine Kraft und erlosch zu verhören zu verhören Vielen Dank.